Schrei, danke für die Vergiftung an mein Name ist unlesbar. Ich musste gerade echt ein bisschen überlegen, was er steht. Und auch schon 1121. Holy fuck. Vielen, vielen Dank. Oh nein. Ich muss gegen Zong und Elena kämpfen. Ach du Scheiße. Schnell. Diese Angsthasen wollen sich wohl davonstehen. Mit Verlaub. Es geht um unseren Ruf. Na also geht doch. Am Eingang waren Flaggen. Nicht gesehen? Das verheißene Land ist jetzt Shinra-Gebiet. Also gibt's ja auch für Zetra nichts mehr zu melden. Wo ist der Rest von euch. Habt ihr euch etwa verlaufen? Wir sind mehr als ihr. Vergesst das nicht. Ach ja? Mir doch egal. Der Chef und ich sind zusammen nämlich unschlagbar. Die Zetra muss leben. Herz versuchen. Die Zong kennen wir zum ersten Mal, ne? Niemals! Niemals! Tungverbind32 Niemals! 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 Glock sensibilisiert! Niemals! Niemals! Was ist das? Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Was seid ihr als Kängurus? Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Alter, was zur Hölle? Ich hab Fragen, Aerys. Ich hab Fragen. Ich bin dran. 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 Und her. Ich bin dran. Ich bin dran. Oh nein. Ich bin dran. 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 Ach du Scheiße. Nein. Lass den. Oh, wie ihr mit ihnen umgeht, ihr dreckige Schweine. Nein, verpisst euch. Oh, das ist so mies gerade. Ich habe diese fette Nadel auf dem Tisch gesehen. Komm da, Naki, du bist viel stärker als diese Noobs. Oh mein Gott. Gut. Gut. Nummer 13. Dann komm mal her. Oh, das ist, das mache ich gerade fertig. Oh, das ist nicht. Ich bin dran. Oh. Was ist das? Ja, sehr gut. Schnür das Kätzchen ordentlich fest. Prächtiges rotes Fell. Mehr als würdig für mein 13. Versuchsobjekt. Ah, ich hab's. Ab heute heißt du Red 13. Fangen wir an. Ah, ich hab's. Ein Steg, sonst wird es schief. Was, so ein Wichser. Oh nein. Kommt die Szene mit ihrem Dad? Das war ja für sie. Das ist sehr schlimm. Oh, die Melodie von dem Lied ist ja richtig geil. Boah, das Spiel macht eigentlich so nochmal fernig. What the fuck? Oh ja, wie alles brennt. Ach, du Scheiße. Alter. 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 Ja, ich wusste es. Nicht. Papa, bleib hier. Ich wusste es. Das hat sie ja damals komplett gebrochen. Boah, ist das grausam gerade. Oh. Okay. Hmm. Ich hasse euch alle. Oh, hier weiß ich auch, was passiert. Oh, fuck, man. Alter, das machen wir gerade voll Pferde hier. Oh, nein. Oh, ist das gerade alles böse. Cool bleiben, Juffi. Einfach cool bleiben. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ja! La 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 la. Ja. Oh fuck it ey. Lass uns dieses Mal etwas vorsichtiger sein, Chefin. Wir sollten unnötige Kämpfe vermeiden. Du bist einfach zu ungeduldig, Chefin. Irgendwann rächt sich das. Chefin. Kämpfe weiter. Für uns. Ich schaffe das. Oh, yeah. Ich schaffe das. Sonon? Sonon? in猜. voting. With Himmany. Oh. Igualisiert. Ah 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 ah. Wenn du ihn dir nicht holen kommst, dann muss ich ihn eben für mich behalten. Ja, Danticama. Hallo, Wara. Alter, das macht mich gerade... Was ist denn das bitte für ein Film? Ich bin zu Hause. Nun ja... fast. Oh, Barrett! Wieder zurück? Schönen Feierabend, Barrett. Alles okay, wenn ich... Es ist wirklich ein Segen, dass wir nun den Reaktor haben. Ab nach Hause mit dir. Und in die Wanne. Willkommen zurück! Siehst aus, als würdest du Gespenster sehen. Hm? Was ist denn in dich gefahren? Du bist sicher erschöpft. Komm rein. Oh, ist das wirklich, Alter. Mina! 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 Wo bist du? Mina! 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 Verdammt! Mina! Mina! Nein! Geh nicht! Lass mich nicht allein. Ja! Das Spiel drückt einen nochmal richtig so Salz in die Wunde, ey. Oh nein, die Stelle, okay. Ihre Mutter. Lust auf einen kleinen Ausflug? Wohin denn? An die frische Luft, damit wir mal richtig tief durchatmen können. Wirst du dann wieder gesund, Mama? Brauchst du dann diese ganzen Spritzen nicht mehr? Ja, Schatz. Da bin ich mir sicher. Dann los! Ja, Schatz. Ja, Schatz. Alles ok, Mama? Tut mir leid. Schade. Oh mein Gott, das spielt Clan Aerith. Okay, ich muss mich gerade vor die Tränen zurückhalten, Alter. Uff. Gibt es hier irgendwo einen Arzt? Tut mir leid, keine Ahnung. Meine Mutter ist krank. Können Sie mir helfen? Hab nach Hause mit dir, du Göre. Alles okay? Mir geht es gut. Gibt es hier vielleicht einen Arzt? Ich wohne leider etwas abseits. Ich kenne mich hier nicht so gut aus. Ach so. Um was geht es denn genau? Ist nicht so wichtig. Danke. Ich gehe zurück. Mama wartet. Wie du meinst. Oh, Alter. Mama. Es tut mir so leid. Ich bin gleich wieder bei dir. Boah, dieses Gefühl, wenn man so hilflos ist und nichts machen kann. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ist nicht so wichtig. Iris. Ich muss zurück. Zum Planeten. Sei bitte nicht traurig Vergiss nicht Ich werde immer bei dir sein Nein Mama, bleib hier Unser Ausflug Wir wollten doch einen Ausflug machen Kann ich Ihnen helfen? Meine Tochter Bringen Sie Eris in Sicherheit Wir müssen hier weg Mama Mir gefällt das nicht Mama Hab sie Hier drüben Mama Die sollten jetzt einfach ihr ganzes Trauma nochmal erleben oder was? What the fuck ey Die kommen jetzt alle komplett nochmal gebrochen wieder raus Oh leben soll uns das aufmuntern die seele überdauert den tod aber selbst wenn man das weiß der abschied fällt schwer deshalb tu nicht so als wäre es nichts das wird der sache nicht gerecht wir alle haben so viel schmerz und so viel leid erfahren und all das lässt sich leider nicht mehr rückgängig machen so sehr wir auch wollen aber für unsere zukunft gilt das nicht trauer und wut können uns große kraft verleihen doch sie verändern uns leider auch wahre stärke ist etwas anderes sie ist die kraft zu vergeben nach vorn zu schauen hoffnungsfroh sie kommt von innen wenn wir nicht nach hinten sondern nach vorn blicken und nur dann können wir stärker als sefios werden viel stärker bist du fertig die zeit drängt los klatsch in einem mann mein gott hast ja recht nein hat er mich muss nicht so ein drecksarsch kann sein ich meine es liegt doch daran dass dafür was in so einer nähe ist aber vielleicht kommt er zu sich meinst du vielleicht was ist die erste mission es ist nichts stimmen da war viel spaß du hattest gab es ein schönes feuerwerk wahl wie nahe ihm ist wahl jetzt sind wir im reaktor drin nachdem es explodiert ist cloud prüfung man ist clearly clean hier 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 ich hier 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 Ist das, was du fühlst, überhaupt echt? Hör auf, dir was vorzumachen, Cloud. Oh, nee, come on. Oh, nee, da habe ich im Feuer ein Geteil geheult. Lass das jetzt. Oh, nee. Man muss nicht weinen, um traurig zu sein. Seppelschrott. Meine willenlose Marionette. Sepphoros. Sehr schön. So ist es gut. Füll dein leeres Herz mit Zorn und mit Wut. Lass sie auflodern und deine Trauer verbrennen. So wie ich es an jenem Tag tat, Cloud. Ich bin anders als Sepphoros. Na, gerade zeigst du dich genau, wie ist Sepphoros. Das wissen wir, Cloud. Ja, nur gerade bist du unziemlich. Gehen wir. Ich will mir das alles nicht. Ich will nicht mehr. Ja. Ich will nicht mehr. Nee, klaut hat es nicht leicht, das stimmt. Oha, Chloe! Ich finde die Idee sehr gut. Ja, dann erst recht, Chloe, dann erst recht. Hey, das war deine Idee gerade. Geht es hier weiter? Oder was? Okay. Warte mal. Nicht, dass da noch eine Kiste ist. Ja, wow, okay, hätte ich ja gleich gucken können. Selbst ins Knie geschossen. Jupp. Genau bei der Stelle mach ich dann aus. Fumaschuriken. Ähm. I dare you. Aber ich will kein Heuschlucht-Sibu-Mon werden. Ach das, Jophie. Ach das, Jophie. Ich will das nicht, ich habe so viel angestaut in den letzten Wochen. Das wird mich brechen. Oh, ein Auge, Mann. Das ist ja lachhaft. Was? Nimm das. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Nichts mehr überstürzen. Ganzen. Güah. Na, schlag. Ja. Jetzt hab ich das Sagen. Geht weiter. Ja, weiter so! Los, gib alles! Ich mach das! Heiß, heiß, baby! Alles, gib! Ja, dann geht's! Ich mach das!